Stehst du auch manchmal neben dir? Hast du im Moment so ein bisschen Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis? Versuch, wenn du dir zum Beispiel Namen oder Personen merken musst, die an Bilder zu verknüpfen. Stell dir ein Bild vor und erfinde eine Geschichte. Denn je mehr Details du deinem Hirn zur Verfügung gibst, desto besser behält sich das Gehirn. Also nicht lieber weniger lernen, sondern einfach mehr mit mehr Details. Wenn es dich wirklich interessiert, wie du dein Hirn wirklich auf Hochleistung hacken willst, dann kommentiere das und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf die Loki Mode Methode ein und auf die Fine Man Methode.